Hi, mein Name ist Lukas Lammler und das ist der Landtag in NRW. Und hier könnte am Freitag Geschichte geschrieben werden, denn wir Piraten fordern, dass Cannabis in ganz NRW ganz legal verkauft werden darf. Die Chancen dafür stehen eigentlich ganz gut, denn FDP und vor allem die Grünen werben immer wieder damit, Cannabis legalisieren zu wollen. Aber wie sie sich hier im Landtag verhalten werden, naja, das werden wir sehen. Schaltet also am Freitag in den Livestream und überzeugt euch selbst. Und eigentlich haben wir auch eine grüne Gesundheitsministerin und die ist auch dafür Cannabis zu legalisieren. Da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen.